moin hier mein zweites video zu meiner sperrung diesmal schon in beiden universen und ich möchte jetzt mal ein bisschen sage ich mal sachlich auf die sache eingehen heute morgen das video war vielleicht ein bisschen emotional aber so ist das nun mal also die erste sperrung war ja in gaspra und darauf möchte ich eingeben jetzt kann belinda noch dazu aber es dreht sich hier um gaspra weil das jetzt in diesem ticket ist also ich habe gaspra mir ausgesucht als universum weil ich nach belinda ein zweites universum spielen wollte aber ich sag mal mit ähnlichen stets das kann man hier ungefähr nachsehen also die geschwindigkeiten sind ähnlich außer dass hier 70 prozent der flotte ins tf geht und hier nur fünf quatsch 40 prozent aber sie sind recht ähnlich deswegen habe ich mir gaspra ausgesucht wo ich auch gleich am ersten tag angefangen habe das war bei belinda nicht so da habe ich ein bisschen später angefangen und deswegen war ich auch nicht ganz vorne dabei weil die anfangszeit ist halt sehr wichtig so also ich hatte dann gaspra als zweites universum habe da von anfang an mit gespielt war da immer gut dabei habe ich langsam vorgearbeitet bis eben auf top 8 und war eigentlich immer auch wie in belinda der meinung ja mal gucken wie weit ich komme ohne dunkle materie kaufen zu müssen farmen kann man sie ja aber ich wollte sie halt nicht kaufen so das war es erst mal so das heißt gaspra habe ich gespielt bin auf top 8 hier gekommen das ist wie gesagt immer noch ein offenes fenster was ich nicht aktualisiert habe von heute morgen kann man hier noch sehen sonst hätte ich das schon längst aktualisiert aber ich komme jetzt nicht mehr rein das kann jetzt nur noch angezeigt werden mein rechner mein pc mein privater pc zu hause mit glasfaseranschluss ist ein i7 rechner der eigentlich eine schnelle verbindung hat und somit eigentlich auch schnell aktualisieren kann dass die server nicht immer ganz mitspielen ist ganz klar aber so ist das nun mal also der rechner ist 24 stunden sieben tage die woche wirklich an ich bin nicht immer am rechner dran das heißt aber auch dass ich häufig um drei uhr in der nacht den reconnect manuell durchführen kann direkt danach ein oder zwei minuten danach weil ich manchmal am rechner sitze natürlich am wochenende häufiger als in der woche ganz klar aber da ich auch im home office sitze zu 100 prozent im moment nur ganz selten mal alle drei monate ein tage auf arbeit verbringe wird das eben so auch möglich sein dass ich da viel zeit am rechner verbringe und diese einfach auf habe das ist jetzt zum beispiel das fenster von meinem linken monitor ich benutze ein weiteres firefox fenster auf dem rechten monitor wo dann ne quatsch das ist das ist das rechte monitor fenster wo ich in der flotte drin bin auf der linken seite da bin ich dann in der übersicht das müsste zum beispiel bei belinda müsste das hier sein bei belinda ist das das linke fenster und ja gut hier bin ich dann ja eigentlich in der flotte aber egal ist egal auf der linken seite bin ich immer in der übersicht und da würde ich auch immer aktualisieren zwischendurch mal also immer aktualisieren auf übersicht klicken oder f5 oder hier auf manuell die seite neu laden klicken um eben zu gucken ob mich jemand angreift oder nicht in gasp noch viel schlimmer denn da sind die anflugzeiten von den topflitern unter zehn minuten auf mich auch die sitzen nicht im selben system das heißt sie brauchen unter zehn minuten um mich komplett anzufliegen mit schlacht kreuzer meistens davon haben die ja jede menge und deswegen aktualisiere ich in der übersicht immer häufig und schnell alle paar minuten auch wenn ich zu hause bin wenn die flie zu hause ist wenn die auf mond sitzt also wenn ich zum beispiel zusammen zusammenziehe um irgendwas zu bauen zu forschen oder was auch immer dann aktualisiere ich sehr häufig und ich bin zu hause und das mache ich so also gaspra habe ich von anfang an legal gespielt ich habe mir gleich von anfang an geguckt ich kann von belinda und auch vom rosa lind wo ich vorher gespielt habe hatte ich geguckt welche addons da verfügbar sind welche legal sind und welche ich auswählen kann das kann man sich hier natürlich alle angucken das ist jetzt hier das forum hier kann man sich alle ansuche ausgucken wir auch hier unten hier unten ist es weiter verlinkt auf das englische bord das wäre dann hier und natürlich habe ich dann hier welche die ich kannte einfach benutzt das kann ich wiederum hier in der addon verwaltung sehen das ist immer noch aktuell im infinity tracker den ich jetzt verkürze ich erst vor ein jahr ich sag mal vor zwei wochen oder sowas installiert habe weil das in der allianz sehr häufig benutzt wurde und das aber ähnlich ist wie infinity eigentlich brauche ich es nicht weil infinity diese statistik auch alle hat okay plus plus hatte ich an weil ich da gerne sagen wir mal mir sachen eingestellt habe das war kann man hier nämlich auch sehen was ich da zum beispiel an und aus gemacht habe hier die ganzen zahlen das war mir zu viel das brauche ich alles nicht so manche sachen habe ich eingestellt aber nicht alles das zum beispiel kann ich jetzt auch wieder nicht wegklicken weil dann würde sich das fenster aktualisieren somit kann ich nichts mehr sehen aber wie gesagt ups ne da quatsch hier addons da wollte ich hin oder ogame ui ausprobiert manche sachen angemacht andere wiederum nicht dann habe ich hier unten diese drei hatte ich ausprobiert aber wieder deaktiviert weil ich sie nicht gebraucht habe zum beispiel flieg counter wozu ich bin kein flieter ich bin nur beiner und forscher und fliege expos na also dafür brauche ich kein flieg counter die übersicht wann die zurückkommen von meinen expos das sehe ich ja ganz normal in übersicht extensions und sowas brauche ich auch nicht also wenn ich denn mal einen neuen planeten kolonisieren möchte dann kann ich meiner näheren umgebung immer gucken ob dort einer frei ist oder nicht also das war alles egal hier unten das sind keine addons die mit dem spiel irgendwas zu tun haben das sind die aktuellen wie gesagt von von ogame oder die die ich halt wirklich benutzt habe also die jetzt auch an sind in der letzten zeit also gaspra 24 stunden on der pc ist immer an ich bin nicht immer am pc ich schlafe natürlich auch aber ich habe zum beispiel auch wenn diese events waren habe ich mir echt am wochenende wirklich den wecker gestellt alle 80 minuten um dann eben aufzuwachen um neue expo flotten loszuschicken und wie man hier auch sehen kann reichen fünf sekunden aus je nachdem wie schnell sie zu hause sind fünf sekunden reichen aus um dort die nächste flotte loszuschicken wie wird das gemacht ganz einfach hier unten sind diese vier buttons das ist die expo flotte zeigt das jetzt an wenn ich drauf gehe ja ich glaube nicht ganz aber man kann es hier einstellen das ist jetzt hier genau hier kann man ja gut die expo flotte wird automatisch errechnet hier über die server settings das kann man hier sehen eine eco speed fliegt blablabla das kann man hier auch updaten je nachdem wenn dann immer top 1 mehr punkte macht oder wenn das 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 speed oder die geschwindigkeit des universums angepasst wurde hatten wir ja auch schon das heißt das programm errechnet mir die flotte die ich dann automatisch einfüge hier rechts zum beispiel ships to keep on planet bedeutet ich kann alle auswählen bis auf die die dann da bleiben das ist der andere button so also der rechte button ist für alle gts also wenn ich für eine gt expo flotte los schicke links ist für kleine transporter flotte expo flotte das heißt wenn hier dann diese wären aber hier kann man ja sehen also das ist alles hier gt flotte also 2211 von normalen eine spiel ein paar fanden schickte los ganz also er schickt die nicht automatisch los er wählt sie aus ich klicke hier einmal drauf dann sind die hier ausgewählt dann muss ich enter drücken komme in das nächste menü und muss noch mal enter drücken dann ist das weggeschickt dann klicke ich hier auf den nächsten planeten mache noch mal hier ein klick drauf auf gt zweimal enter nächsten planeten da drauf zweimal enter nächsten planeten und so weiter und so weiter bis ich dann acht mal voll habe ich mache immer von baseball das ist mein hauptplanet aus runter acht stück wenn diese acht stück wieder da sind beziehungsweise wenn der erste hier auf fertig steht dann mache ich den nächsten los bei baseball ist das kein problem weil bei baseball über so um die 15.000 immer liegen dann schicke ich den nächsten los sofort wenn der erste hier wieder auf fertig ist weil dann wäre ein slot wieder frei das heißt ich schicke den nächsten wieder los gucke dann wann der zweite auf fertig ist was ja fünf sekunden oder sechs sekunden später ist gehe dann hier auf lapis land schicke den auch wieder los und warte dann immer bis sie immer nur sieben von acht steht sieben von acht da kann ich immer eine losstecken und geht dann von unten wieder nach oben warum damit der die position 16 im system nicht überstrapaziert wird weil man weiß ja wenn man immer dahin fliegt auch von einem planeten acht los schickt und so was ist das irgendwann ausgelaugt und man findet da dann nichts mehr die funde sind dann wenn wenn dann weniger somit rotiere ich immer durch von oben nach unten den nächsten unten von oben und baseball ist immer dabei weil das sein mein hp ist und da ich das einfach da liegen lassen kann bei den anderen muss ich immer zusammenziehen so das ist wie ich expos fliege danach wenn die expos zurückgekommen sind also ich schicke die da los wenn ihr alle unterwegs sind gucke ich dann auf dem linken monitor nach zum beispiel was denn da zurückgekommen ist hier in die in die nachrichten reingucken dann auf expedition gucken was ist denn da was habe ich da gekriegt habe ich da flotte gekriegt habe ich da dunkle materie gekriegt habe ich ressourcen kriegt auf dem linken gucke ich danach scroll runter guckt in die expo rein und die auf dem rechten monitor gehe ich dann hier die die planeten durch und guckt was dann hier los ist hier zum beispiel habe ich 25 millionen auf einem planeten jetzt liegen da würde ich jetzt hier auf den button hier klicken das bedeutet der würde alle alle ressourcen auswählen bis auf 100.000 dort und eben den schon berechnet die schon berechnete anzahl an gts oder klein gts hier auswählen so das heißt ich habe hier meine 25 millionen plus das was noch dazu kommt und dann die gts keine ahnung wie viel das sind was weiß ich 4500 oder irgendwie sowas die sind hier ausgewählt aber losgeschickt noch nicht ich gehe hier dann auf weiter gehe dann auf muss dann oben in der in den den die chords auswählen vom beige planet weil ich das da alles hin schicke und dann nochmal auf absenden klicken dann schickt er die flotte erst los auf transport habe hier haben wir ja vorne gesehen hier auf transport wenn ich meine eigene flotte los schicke default missions explore ist klar aber default mission others ist auch transport und hier und das heißt ich mache automatisch auf transport ich transportiere das da einfach hin fertig und das mache ich bei allen wo was zurückgekommen ist natürlich lasse ich auch manchmal welche liegen weil es einfach zu wenig ist oder ich lasse es ein paar stunden liegen weil mir das zusammenziehen einfach zu viel doll kostet oder was auch immer also infinity wählt zwar die aus weil sie dieselbe errechnet die flotte aber sie schickt sie nicht alleine los ich muss sie alleine los schicken und das schaffe ich wirklich per hand hier in fünf sechs sieben sekunden zu machen natürlich haben manche leute flotten auch verspätung dann kommt die bei der nächsten welle erst wieder mit das heißt wenn die 20 30 min verspätung hat lasse ich die zu hause stehen bis dann die nächste welle wieder komplett zu hause ist die sechs stück von acht vielleicht und dann beim nächsten mal sind es dann wieder acht weil ich keinen bock habe die alle zwischendurch irgendwie einzeln loszuschicken oder sowas das mache ich nicht ich will immer eine komplette welle haben die ich dann los schicken kann und dann sieht das so aus das habe ich hier noch ja genau wichtig ist auch hier der linke pfeil der einzelne pfeil ist eben die ausgewählt der flotte komplett also alles was hier auf dem mond oder auf dem planeten ist wird die komplette flotte ausgewählt minus das was ich in den einstellungen angegeben habe das ist das was hier oben steht minus 4000 das ist eben die expo flotte bla 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 und hier das sind das was ich für die für die expos einfach da drauf liegen lasse das heißt alle offensiven schiffe die hier dann aufgeführt werden die schicke ich dann oder kann ich auswählen mit einem klick muss sie manuell verschicken zum zusammenziehen zum beispiel auf dem mond zum sprungtor oder eben auch nach baseball meistens um dort die dann eben meiner gesellschaften flotte die dann irgendwann zurückkommt anzuschließen das heißt hier irgendwann bin ich alle auf den planeten geschickt der hat ein bisschen mehr def kann ich jetzt leider nicht anklicken kann man in meinem alten video sehen und dann auf dem mond schicken und dann mit der gesellschaften flotte die irgendwann zurückkommt dort anzuschließen und dann wieder zu saven für ein paar stunden oder was weiß ich ich selber wirklich nur von station auf station jetzt ist sie jetzt gerade zu hause eigentlich müsste die die ist ja ich weiß gar nicht wo war die denn jetzt ich glaube die war doch hier da war sie gewesen hier weil ich da irgendwas bauen wollte deswegen fliegen die jetzt auch alle zu türk was das ist auch ein guter beispiel hier stationieren das ist flotte die ich auf expos gefunden habe spionagesonten sieht man ja das ist flotte die einfach so ausgewählt habe die jetzt auf türk was fliegen dort stationiert werden und diese hier das ist eine transport flotte das ist noch mal transport um eben direkt zum mond und da lasse ich die rest vielleicht auch mal eine halbe stunde liegen aber das ist egal da greifen mich keine an und auch wenn das jemand scannen würde der würde sehen ja okay das aktivität da kommt irgendwann die große flotte nach hause um das wieder mitzunehmen und das bringt nichts und die expo flotte schicke ich eigentlich immer zum planeten weil da ein bisschen def steht und da müsste man ein bisschen mehr investieren um das zu machen aber es sind ja auch nur die expo flotten flotten funde die dann wiederum auf den mond geschickt werden um sich auch der kompletten flotte anzuschließen und dann wieder zu gesaved zu werden von station auf station von mond 13 monate station wird schwierig da jemanden zu erwischen so was haben wir noch ja ich farme keine spiele keine inaktiven weil das für mich einfach viel zu aufwendig ist des weiteren würde man jetzt in der galaxie sicht sehen können dass ich auch ein paar planeten ganz allein im ganzen system besetzt habe ich habe mit dieses universum auch alle planeten auf die acht gesetzt was ich aus belinda gelernt habe denn hier sind noch zwei auf neun ich habe sogar in belinda vor zwei wochen glaube ich einen den hier noch mal umgesetzt auf eine acht weil es weil ich dann genug dm zusammen gefarmt hatte um den zu bezahlen damals gab es ein event wo ich nur die hälfte bezahlen musste natürlich wollte ich 400.000 behalten für die nächste astro aber auch hier das ist jetzt so viel in den letzten zwei wochen geworden weil das dm event gelaufen ist ohne ende habe ich richtig viel gefarmt man kann es sich hier auch noch mal angucken belinda ich gucke statistik hier so belinda das ist ja gut das ist eigentlich aktuell seit gestern hier kann man das sehen gestern nicht viel gefarmt aber der stark davor 25k und hier da war es 41k 33k und so weiter das war jetzt wirklich zu den dm events und wie viel ich da auch geflogen bin per hand das ist das was ich per hand angeklickt habe 100 oder so es gab auch mal 169 das war wirklich am wochenende kann man nachgucken 23.10 das war der sonntag genau da bin ich wirklich alle 80 minuten geflogen in belinda noch mal ein slot mehr als in gasbra nicht zu verwechseln man kann hier natürlich auch woche angucken was ich in der woche gefarmt habe hier 200.000 dunkle materie innerhalb einer woche das ist alles möglich das ist alles legal geklickt nur mit expo flotten erfarmt ebenso auch im monat im monat hier in dem monat fast 400.000 dunkle materie warum sollte ich da noch welche kaufen ich wollte immer ohne kaufspiel okay hier kann man es nämlich sehen wo kein dm event war teilweise nur 140 150.000 oder irgendwie sowas da war wieder event dabei gewesen also das kann man sich alles genau ansehen es ist alles gelockt produktion das sind die minen kann man hier auch sehen ich bin reiner mine meiner also hier 44er durchgezogen das war mein letzter stand ich wollte jetzt die die deutschminen ein bisschen hochziehen so ist das nun mal auch hier das ist jetzt aus belinda kann ich auch gleich nochmal in gasbra zeigen ist eigentlich ähnlich das ist belinda und wenn wir das hier auf gasbra nochmal anzeigen dann können wir das auch noch mal machen weil wir ein gasbra sind das ist jetzt von gestern acht noch geflogen ebenso auch hier das war am sonntag noch mal noch mal 6 oder war das am 31 oktober das war der das war der montag was bei mir auch ein feiertag ist und dann hier am samstag sonntag war ich ein bisschen unterwegs das heißt hier am letztes wochenende da waren es mehr gewesen 120 140 fast expos an einem tag geflogen mit 800 millionen rest in der woche kann man sich das angucken na gut okay das war es die aktuelle es bringt nichts hier das war die aktuelle woche wie viel ich in einer woche gefarmt habe das ist alles durch klicken und ich kann es nur noch mal erklären durch legales klicken der expos gewesen was also ich weiß nicht was ich noch erzählen soll so und hier kann man genau sehen 130 22 da war ein bisschen weniger das sind das ist eine woche also 22 das sind die normalen im schnitt das sind wirklich die so 20 ohne irgendwelche dm events da war wieder dm event also das sind so die normalen hier das sind wirklich die dm events das kann man sich auch nachgucken wann hier die dm events waren das ist alles eindeutig ebenso auch hier 42 war ich jetzt am bauen wollte ich ausbauen und general hier sieht ähnlich aus wie in belinda ne eigentlich auch meiner forscher ne research 21 prozent ähm forschung war ich auf sieben gewesen ne top ten ist halt äh das war die ökonomie punkte kann man sehen ich bin kein flieter diese flotte habe ich vor ein paar tagen auch erst komplett geschrottet bei dem händler ne weil wir ja so viel dunkle weil ich ja so viele dunkle materie hatte konnte ich den händler bis auf 75 prozent hochhandeln und habe dann meine komplette offensive hier geschrottet leider kann man jetzt nicht sehen wie viel auf dem planeten liegt das sind aber geht ja schon wieder los weil ich finde ja auch sehr viel flotte das kann man hat man ja in expos auch gesehen wie viel flotte da halt drin ist ne ähm in der allianz äh haben wir auch uns macht eternity das ja auch dass er uns die flotten schrottet ne geht auch die allianz raus er schrottet die uns äh und wir sammeln das dann wieder ein mit raumflotte äh raum dock kann man da noch ein bisschen mehr prozente rausholen aber wenn man den händler mit viel dm auf 75 prozent kriegt ist das auch schon sehr effektiv ne das heißt ähm ich will eigentlich keine offensive flotte haben ne ich hab die ja also was heißt jahrelang seit äh eins eineinhalb jahren äh habe ich die immer geschrottet beim schrottländer für 35 prozent da nichts ausgegeben jetzt habe ich mal das gemacht um zu gucken ob sich das lohnt auf 75 prozent die dm zu bezahlen jetzt habe ich so viel gehabt also habe ich es einmal gemacht ne so was gibt es noch ja genau ähm häufige aktualisierung in der übersicht ne wie gesagt wenn ich hier in der übersicht bin wie das beispiel belinda äh gaspra genauso ich klicke hier eben wirklich viel rum das man kann wie soll ich das sagen besonders am Anfang des Unis oder vor ein paar Monaten hat ähm Senator Star mich häufig gescannt und ist auch dann häufig angeflogen der ist dann einfach mal mit 200.000 Kreuzern äh oder Schlachtkreuzern angekommen auf meinen Mond geflogen hier häufig Beigeball oder oder anderen Planeten der sitzt in der Nähe aber nicht im selben System das heißt der fliegt unter 10 Minuten auf mich selber direkt das heißt ich muss häufig aktualisieren wenn denn meine Flotte mal wieder da ist wenn ich zusammenziehe und so ein bisschen hinher schippere hier um irgendwie dann woanders was zu bauen dann ist die ja mal eine halbe Stunde da oder wie auch immer das heißt ich versuche jetzt wirklich zu gucken ja lieber aktualisiere ich nochmal oh hier ein Ausrufezeichen rot da fliegt mich jemand an ah das ist nur ein Spio alles kein Problem ne wenn er danach dann wirklich angefliegen kommt entweder früher habe ich es gemacht ich habe ihn angeschrieben aber ich bin da oder jetzt ziehe ich die einfach weg weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte und ich habe mich mit ihm ja auch schon mal unterhalten alles gut ne aber ich aktualisiere eben auch wie gesagt ich bin 24-7 on aktualisieren mehrfach in der Stunde zigmal am Tag keine Ahnung ob das vielleicht ein Problem ist sein könnte wie auch immer ich kann es nicht sagen ne also so sieht das aus ne wenn wir nun mal im Gaspera sind ich weiß nicht was ich noch dazu sagen soll ich wollte viele Rest in die Forschung gehen wollte mich darauf vorbereiten auf die Lebensform wollte viel in Energie rein in die Energietechnik reinstopfen in Computertechnik reinstopfen da kann man viel tun auch die ganzen Anzeigen sind hier von Infinity wie gesagt die ganzen Anzeigen ebenso auch hier Statistiken Tops das kann man alles hier auch in Anti-Game Reborn angucken beziehungsweise auch in dem UI wie gesagt das kann man hier ne das war bei dem anderen da nein da kann man das sehen hier was alles angezeigt wird die ganzen Links zum Beispiel WarRide Trash und Kalk das ist auf der linken Seite das kann man da sehen das wurde von dem eingeführt die ganzen Anzeigen die hier sind also und UI++ ist eben gelingt also wo war das weiß ich nicht irgendwo habe ich das gesehen da hier OGM UI++ da ist es zum Beispiel als absolut legal OGM Infinity ist hier unten auch gelistet als Extension ist gelistet als legal also ich weiß nicht was ich noch machen soll ich bin kein Fleeter ich fliege keine Leute an um dort irgendwelche ich sag mal Scripts zu verwenden die das genau auf die Zeitplan automatisch machen oder wie auch immer das kann man natürlich auch sehen in meinen Statistiken ne hier in den Statistiken der Combats dass ich da wirklich hier gehe ich jetzt einfach mal auf einen Monat vom letzten Monat meinetwegen dass ich da wirklich das sind alles nur Verluste minimale Verluste die ich eben bei Vevectus und Infinite gemacht habe das sind eben Spionagesonden und solche Geschichten halt das sind nur Spionagesonden die halt geschrottet wurden hier ganz am Anfang mal das war glaube ich ein bisschen mehr da hat mich Boomer der Herzen eben geschrottet mich geschrottet aber ich selber fliege keine Leute an es sei denn um gegenseitig Spios zu schrotten oder wie auch immer ne also ähm eigentlich finde ich das schon was soll ich noch offenlegen ne also was bitte ne also ich war auch immer Entdecker gewesen weil ich immer gesagt habe Entdecker bringt für mich das meiste weil ich eben viele Expos fliege ich habe äh in meinem Shop äh im Inventar habe ich auch Collector Items drin die ich dann natürlich gewählt habe wenn es irgendwelche Belohnungen gab weil ich vielleicht in Zukunft irgendwann mal auf Collector wechseln möchte aber ich habe kein Generalitem da drin kann ich jetzt natürlich nicht mehr zeigen und ähm ja ich weiß nicht was ich äh noch ähm zeigen soll ne also es ist einfach nur schade für mich dass ich jetzt nach ich sag mal einem Jahr und Spielzeit noch mal ein halbes Jahr dazu weil dieser Account ist ein halbes Jahr alt der Belinders Account ist ein Jahr alt ähm dass ich da ja quasi die ganze Zeit in Sand gesetzt habe obwohl ich legale Add-ons verwendet habe die auf diesen beiden Listen gelistet sind und ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe ich weiß es einfach nicht und das Problem ist wenn ich jetzt wieder neu anfangen würde weiß ich immer noch nicht was ich falsch gemacht habe somit laufe ich wiederum Gefahr ähm gepannt oder gesperrt zu werden also ich kann ich kann nur alle Sachen offenlegen die ich hier habe die auch getrackt sind wie es halt Ogame Infinity macht ne ich weiß nicht was ich sonst noch machen soll ne ich kann hier leider nichts mehr anklicken selber ne ich kann nur noch diese Anzeigen hier geben und diese Buttons erklären die hier unten sind ne das wurde im Forum auch äh quatscht im Discord äh chat German schon mal so alles dargelegt heute ist natürlich nicht im Ticket drin weiß ich alles klar deswegen mache ich dieses Video mache es auf privat und verlinke das in dem Ticket nochmal ne damit das auch keine anderen Leute angucken äh es soll ja ähm nicht meine Spielweise anderen Leuten ähm dargestellt werden aber ich möchte versuchen mich reinzuwaschen um zu erfahren was ich denn wirklich falsch gemacht habe oder ob das reicht mich wieder ähm reinzuwaschen dann weiß ich nämlich ja okay die sind alle äh legal ich kann die weiterhin benutzen ne und dann ist alles gut ne aber so ohne irgendwas ähm mich im Regen stehen zu lassen ist schon ein bisschen doof weil ich weiß auch nicht mehr was ich machen soll ne ähm ähm ich weiß nicht was man äh noch ähm erklären könnte das ist meine Spielweise meiner Flita im Sinne von Expoflotten verschicken ne Expos verschicken ohne Ende viele Expos fliegen und ähm da ich zu Hause bin viele Aktualisierungen haben die Zeit nutzen viel Zeit in das Spiel investieren keine dunkle Materie kaufen wenn ich die jetzt gekauft hätte wäre es vielleicht was anderes ich weiß es nicht dann sei mal dahingestellt ähm weiß ich nicht ich war stolz auf äh Highscore Platz 8 und ähm ich war auch schon Top 5 in der Forschung in diesem Uni echt eigentlich war ich echt zufrieden wie es gelaufen ist neue Allianz gefunden gut gespielt alles super ähm keine offensive Flotte vorhanden die irgendwelche Leute anziehen könnte oder irgendwie sowas ich versuche das echt so zu spielen dass ich erfolgreich bin viel Zeit zu investieren im Homeoffice zu Hause zu sitzen am Wochenende zu Hause zu sitzen äh schlafen zu gehen mir den Wecker zu stellen um neue Expo-Flotten loszuschicken ne wenn der Erste hier auf fertig ist der Nächste loszuschicken weil dann das sieht man hier zwar nicht wenn 8 von 8 steht aber wenn der Erste auch fertig ist und die anderen hier die Zeit noch abläuft ist dann eigentlich 7 vor 8 7 von 8 unterwegs und dann kann ich den Ersten wieder losschicken ne und wirklich den Wecker zu stellen effektiv zu spielen und zu gucken dass ich viele Ressourcen zusammenkriege durch die Expos DM auch wichtig natürlich über die Expos die Items jetzt erstmal nicht ich habe auch jede Menge Items gesammelt aber das ist erstmal nebensächlich um dann eben das in meine Minen und in die Forschung zu stecken woanders habe ich die nicht reingesteckt ne ähm das Video ist fast jetzt schon eine halbe Stunde lang ich hoffe dass es weiter geholfen hat bitte schreibt in das Ticket rein ob ihr das Video gesehen habt und ob das hilfreich war oder nicht denn sonst ja denn sonst ist das Spiel für mich dann eigentlich gegessen ich hoffe nicht ich hoffe dass das weiter geholfen hat euch zu erleuchten um ja euch ich sag mal zu helfen eine Entscheidung zu treffen die dann zu meinen Gunsten ist wiederum und dass das O-Game Erlebnis für mich weiter geht denn jetzt war ich eigentlich schon gespannt auf die Lebensform hat mich ein bisschen drauf vorbereitet und wollte das eigentlich noch erleben aber wenn ich jetzt beide Accounts verlieren sollte dann fange ich nicht nochmal an auch nicht mit den Lebensformen das ist dann für mich auch gegessen und somit würde ich im O-Game den Rücken zuwenden und dann nicht mehr neu von Anfang an anfangen oder wie auch immer irgendwie O-Game spielen auch in einem Speed-Uni nicht in dem Bermuda ist das glaube ich in dem Test-Uni wie auch immer würde ich nicht nochmal anfangen ich würde dann einfach komplett aufhören wie ich es ja schon jahrelang gemacht hatte zwischendurch bevor ich in Rosalind vor drei Jahren das erste Mal wieder angefangen hatte deswegen wäre es sehr schön wenn ihr euch das nochmal genau anguckt auch mal ein bisschen ja weiß ich nicht vergleicht oder so auf jeden Fall irgendwie euch das wirklich genau anguckt was die Addons können was ich gemacht habe was legal ist und dann mir vielleicht auch mal ein bisschen detaillierter einen Hinweis geben worum es sich denn handelt und was es ist wie ihr es genau detektiert habt müsste ich ja nicht sagen weiß ich schon aber mir vielleicht ein bisschen hilft das Ding wieder freizugeschuddeln es ist ja nicht euer Job irgendwie alles zu sperren was da geht sondern uns auch mit vernünftigen Kontakt zu haben eine vernünftige Kommunikation das ist ein Geben und Nehmen ich gebe euch quasi alle Informationen die ich haben kann die ich euch geben kann durch Logs der Addons durch Screenshots durch Videos alles was ich euch geben kann mehr kann ich nicht geben das ist jetzt das zweite Video was ich auf Privatstelle und dann nur für euch ist und ich hoffe dass euch das weiterhelfen kann so dass ihr zu einer positiven Entscheidung kommt dass ich meine Accounts in beiden Unis dann wiederbekomme also in dem Sinne bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge stehe ich natürlich zur Verfügung und ich kann nur darum bitten kümmert euch drum schaut euch das genau an und dann hoffentlich auf ein ja sagen wir mal weiteres ja Wiedersehen im Spiel O-Game und dann schauen wir mal wie es weitergeht bis dann Tschüss